Guten Abend, willkommen hier aus Halle an der Saale, hier ist die Stierkampferena und es ist Playoff-Zeit, namens Saltan. Hallo Marc und alles Gute zum Geburtstag. Schön, dass du das sagst, danke, jetzt wissen es auch alle. Also, was sehen wir heute hier am Stream? Tja, möglicherweise einen Sweep. Klär uns auf, was ist ein Sweep? Ja, das ist jetzt egal, in welcher Playoff-Form man spielt, wenn man einfach den quasi Durchmarsch hat, ohne ein verlorenes Spiel. Heute der erste Matchball für Halle und wäre natürlich schön. Wir haben ja schon überlegt, wird es heute Pressekonferenz geben oder nicht. Gerade kam nochmal die Frage auf, ob es vielleicht doch günstig wäre, um wieder in den Rhythmus zu kommen, noch ein, zwei Spiele mehr zu haben. Das sehe ich nicht so. Wäre natürlich insgesamt theoretisch schön, aber natürlich wollen die Fans hier in der Halle, sicherlich auch Trainer und Management, heute den Sieg sehen. Aber wie schwer es ist gegen Paiting, haben wir halt die letzten beiden Spiele auch gemerkt. ...geordnete Rolle spielen wie die letzten beiden Spiele. Das meinte ich auf beiden Seiten. Wir wollen Playoff-Hockey sehen und beide Teams haben gezeigt, dass sie sich hier nicht wehtun wollen im gemeinen Sinne, nur im sportlichen. Und die Schützrichter sollten beide Teams laufen lassen, spielen lassen. Beide sind spielerisch fit genug, taktisch fit genug und körperlich sicherlich auch. Oh, schön aufgepasst hier von Paiting. Der Sturm hinterläuft, Schmid kriegt die Scheibe nochmal hoch und jetzt, also die Überzahlreihe ist schon, die ist ganz, ganz stark und ballerig. Ich wollte mich gerade melden zum Stream, aber ich melde mich nochmal ab, mach das Tor und melde mich dann wieder an. Ja, Rohrbach ist jetzt natürlich wieder auf dem Eis. 35 Sekunden hat es gedauert und Halle kann hier vorlegen, 1 zu 0. Die Reihe, die hier in Überzahl aufsteht, das funktioniert schon. Hier sehen wir den Laufweg. Paiting einfach nicht in der Unterzahlformation, dass sie im Viereck stehen, hier sehen wir es ganz deutlich. Und dann den Spieler ganz frei vom Tor, den muss man natürlich haben. Oben auf der blauen Linie notfalls einen freilassen, aber der vom Tor, da muss zumindest auch der Pass verhindert werden. Tief, also die erste Überzahlreihe gefällt mir ausgesprochen gut. Ui, Urbisch. Mit einer kleinen Unsicherheit kann die Scheibe aber wegwischen und Querpässe im Mitteldrittelmark. Ach, sowas Schönes. Auch schon das zweite Mal. Ich wollte es nicht schon wieder bringen, weil es heißt dann immer, aber es ist ja eine deiner Spezialität. Mein lieber Herr Gesangsverein, muss das sein? Das geht ja nur, wenn er einen aktiv kontrolliert hat, mit dem Schläger. Hat er das? Ich habe es auch nicht gesehen. Wir brauchen nicht munkeln, vielleicht kriegen wir noch eine Zeitlupe, wenn nicht, dann ist es eben so. Jetzt kriegen wir erst mal das Tor. Tor. Das waren jetzt einfach zu viele Unterzahl-Situationen und was das betrifft, natürlich völlig verdient der Ausgleich. Ja, schönes Tor. Keine Sicht für Urbisch, einfach mal schön halb hoch reingehalten, mit dem Handgelenk gar nicht weit ausgeholt. Geht in Ordnung, viel Verkehr vorm Tor. Lukas Wallasek ist bei uns, jetzt habe ich auch das richtige Mikrofon. Freitag das 1-0, heute das 1-0. Das fing gut an. Dann aber kam der Ausgleich. Ja, wir hatten nach dem 1-0 noch ein paar Chancen, die wir nicht ausgenutzt haben. Und dann kam hier so ein, ich will nicht sagen, lässiger Schoß, gut Schläger reingehalten, geht da rein, sind die wieder im Spiel. Aber wenn wir so weiterspielen, dann glaube ich, wir machen noch ein paar Tore und dann ist wieder gut. Ich gehe fest davon aus, wir haben vorhin gerätselt, dass ihr keine Lust habt, Freitag zu spielen, oder? Na, auf keinen Fall nochmal, die Fahrt macht viel aus. Man sieht das auch bei Palting oder bei uns, wenn wir bei denen waren. Die Fahrt macht viel aus, die 6-7 Stunden im Bus, das merkt man dann auf dem Eis, die ersten paar Minuten. So ist das halt. Deswegen lieber jetzt gewinnen und den Sack zumachen. Klingt gut, danke Lukas. So, zweites Drittel, es kann weitergehen. Ich habe mich auch ein bisschen beruhigt, werde mich jetzt nicht auf die Schiedsrichter einschießen, aber liebe Paltinger, ich meine das auch für euch, ich meine das für beide Seiten. Ich hätte gerne Schiedsrichter, die auch playoffreif sind, so wie die Teams. Hier waren mir zu viele Strafen auf beiden Seiten, auch die letzten Spiele insgesamt, die man in den Playoffs bitte nicht pfeift. Jetzt wirst du damit leben, beide Seiten. Und Halle jetzt im Glück erhält mit Überzahl, darf das Drittel in Überzahl beginnen. Rechenrieder hat die Scheibe, sicher war es nicht ganz. Sehr schöne Bewegung. Ja, genau die richtige Antwort. Jetzt hat Vierrein mal, tja, vor Freude geschrien, mitten im Tod an seinem Gesicht, allerdings, das ist aber schon ein Zeichen höchster Emotion für ihn. Und Sören Sturm ist noch nicht zufrieden. Sören Sturm muss aufpassen, dass sich keine zwei Minuten abholt. Hat heute den Vorteil, als Kapitän zu laufen, macht man als Hauptschiedsrichter wirklich nur am äußersten, dass der Kapitän eine Strafe kriegt wegen Meckern. Aber das war eine ganz tolle Bewegung von Vierwein. Und Nimele, wie er es auch die letzten Spiele gemacht hat, zieht sich dann zurück, wenn er sieht, dass der Slot voll ist. Oder vor dem Tor schon der Verteidiger tief steht. Warum auch immer, da der Verteidiger so tief steht, sogar immer übermäßig strapaziert. Und die Schiedsrichter nicht doch irgendwann zur Hälfte des Drittels sagen, jetzt pfeifen wir einfach mal alle dreieinhalb Minuten ein Foul auf beiden Seiten. Oh, 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 der ist durchgerutscht. Und da gibt es das Tor. Kein Tor. Regie, wir brauchen schnelle Aufklärung. Regie. Im Stream darf man das nicht zeigen? Tja, Saltern, wir warten mal auf die Zeitlupe, die wir dann kriegen werden, wenn die Entscheidung hier gefallen ist. Noch gibt es Diskussionen. Vier Blindspersons und Hauptschiedsrichter stehen zusammen und sprechen. So. Gibt das Ton nicht. Wahrscheinlich zu Recht nicht. Das ging jetzt auch für mich zu schnell. Da ist er drin. Sehr, sehr fair. Egal, was die Statistik sagt. Und der Spielberichtsbogen, das sind wirklich faire Spiele. Sehr gute Arbeit von Halle. Tor wird gezeigt. Jetzt ist er hinein diskutiert worden. Und jetzt wird er auch reingezeigt. Das ist genau die Phase. Du hast es richtig gesagt, Marc. Es lag in der Luft, dass jetzt was passiert. Und Halle hat es umgewandelt dann in ein Tor. So, jetzt wird es interessant zu sehen, wie unsere Gäste aus Paiting reagieren. Ja, ganz eindrücklich das Tor. Und jetzt ist er, wenn wir die Strafzeit rausgezogen haben und Gordi Howe, der hat ja Dinge getan. Der hat ja lebenslang gesperrt worden heute. Das wollte natürlich auch kein Mensch zurück. Aber das Tor, das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen. Niemelle, auch gut erarbeitet, hat das Tor ja quasi den Hechenrieder überwunden. Indirekten Assist bekommen, indem er die Strafzeit auch mal rausgeholt hat. Oder eben er gesollt wurde. 4-1, jetzt natürlich eine ganz schwere Phase für Paiting. Das ist erst mal eine Ansage. Mit dem rechten Schlittschuh angenommen und dann noch direkt ins kurze Eck ab. Immer erst am Ende einer Serie. Aber alles konjunktiv, hätte, hätte, Fahrradkette. Sehr schöne Aktion. Tor. Den hat er reingeworfen. Ja, boah, das ist eine schöne Aktion. Einer gegen drei. Paiting ist wirklich alleine. Viharwein spricht sich sogar noch ab mit seinem Verteidiger. Und es ist das Tor im zweiten Drittel. Und das ist genau das, was jetzt natürlich das Spiel nochmal komplett verändert. Denn mental sind zwei Tore, was anderes heißt drei Tore. Also wirklich ein Riesenunterschied. Nicht nur rechnerisch. Und hier drei. Einer auf drei. Jurobisch schafft es nicht, die Ecke zuzumachen. Und Scheibe rutscht durch. Also eine super Einzelleistung. Also wirklich eine komplette Einzelleistung von Paiting. James Morris ist bei uns. Ihr seid nah dran. Aber es hat noch nicht wirklich für den Anschluss gereicht. Ja, wir müssen ein bisschen mehr Zugriff aufs Tor bringen. Wir müssen ein bisschen mehr Scheibe aufs Tor bringen. Und wir müssen auf alle Fälle mehrere Männer vorm Tor bringen. Und das war unser Plan eigentlich heute. Aber ein bisschen schwierig mit dem Kader, was wir jetzt haben. Aber wir werden alles durchbeißen und alles geben, dass wir das letzte Drittel ziehen können. Gefällt euch die Linie jetzt besser bei den Schiedsrichtern? Ich frage nur ganz vorsichtig. Erstes Drittel sechs Strafen, zweites Drittel nur eine Strafe? Ja, es ist eine schicksalige Leistung. Jeden Spiel ist Tag zu Tag anders. Also die tun seinen besten Job, was die machen kann. Natürlich ist es nicht schwer, es bezahlen Playoffs. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber die geben seine beste Leistung jeden Tag. Wir können einfach nur spielen. Vielen, vielen Dank. Schöner Pass auf Viyawain. Gleich geht es wieder richtig los. 15 Sekunden gespielt. Drei Aktionen zum gegnerischen Tor. Das ist genau das, was wir uns erhofft haben für das dritte Drittel. Diesen Sturm, den man natürlich jetzt erwarten muss von Titing, versucht jetzt der Halle gleich mit Offensivspiel entgegenzuwirken und vielleicht im Keim zu ersticken. Denn es ist ein Duo-Dai-Spiel. Also es geht um alles. Und da ist es. So, hier ist gerade viel los. Wir freuen uns über das Tor. Jetzt sehen wir es nochmal. Schön hoch und direkt rein. Die Mele, wer sonst könnte man was sagen. Ganz wichtiges Tor. Es könnte klappen, Urbisch. das waren jetzt noch mal ganz dicke dinger das war noch mal big big saves also genau zur richtigen zeit zwei minuten neun sekunden vor schluss in unterzahl holt er zwei so eine dinge raus wahnsinn hier sehen wir es noch mal viel arbeit in der ecke bisschen viel risiko 1 ok das war wichtig und die spieler schützen ja vom tor auch gut den becker steht hat den schläger vielleicht auch etwas theatralisch gefallen gefällt mir nicht sowas hier geht es jetzt noch mal strafe angezeigt eine zum minnen kommen und morris das wird spannend das wird sprach es sind zwei generationen die da kämpfen aber ich sage ohne kampf kann das hier nicht ausgehen das war klar und jetzt gab es halt noch mal ein paar aktionen die spielern können drei minuten 40 sein wo es hat überhaupt gar kein verständnis will das auch alles nicht hören scheiß verlierer ist halt immer was die fans rufen ich finde peiting fast zu fair für play aus auch trotz der strafzeiten aber solche aktionen hätte man sich halt eher ja nicht nur erhofft sondern eben gedacht dass sie kommen hier sehen wir es noch mal das ist dann definitiv das ist dann definitiv und unumkehrbar die entscheidung das ist dann definitiv das sechste tor 42 sekunden vor schluss die saale bulls machen den suite er und gehen ab ins viertelfinale überhaupt nicht wenn das vorher gesagt wird aber bei 42 sekunden geschlossen dass das aufgeholt wird ja muss man kann man das sagen und ich glaube jetzt wird auch nur noch runtergeplätschert wenn ich peiting noch was zu klären hat ja und in summe glaube ich müssen auch uns auch die peitinger zustimmen hat alle die drei spiele konsequenter die chancen genutzt und ein ticken solider gespielt aber wie gesagt wäre spannend gewesen so aggressiv wie die letzten wechsel hier gespielt das Meltzer so ja zu ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020